Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege. Wir spielen Terroristen ja klassisch im Konsulat und versuchen das Ganze einfach so schnell es geht zu machen, damit wir unsere Missions-Dings-Wen hatte ich denn gerade? Fuse! Genau. So, wir versuchen das einfach wieder genauso zu machen wie gerade. Wir verteilen uns lustig in den ganzen Gebäuden. Ganz genauso. Ich spreng ein bisschen, töte mich fast selbst. Gut. Geht aus dem Weg, geht aus dem Weg. Damit komme ich retten und dann rennst du in Vitro-Handys. Ja. Wenn die Runde schon vorbei ist. Ja, wenn die Runde vorbei ist, renne ich in Vitro-Handys. Das klingt nach einem Sechstuhlern. So, anklopfen. Ich klopfe so lange hier. Ups. Wow. Okay, langsam werde ich ungeduldig. Ich bringe die Ladung am Fenster an und spreng sie sofort. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, von Hoppla. Ich werde verfolgt von einem Darth Vader. Ja, ich höre ihn. Jetzt stirb doch. Oh Gott. Der ist nur bis nach draußen hinterher gerannt. Bisschen unkoordiniert. Oh Gott. Pew. Wie ich sehe, hast du jemanden hinter mir getötet. Ich bin blind. So, klö. Ich gehe nach oben. Gott. Da ist keine. Oh Gott. Oben ist keine. Nein, da, wo Jan die Cluster-Charges gesetzt hat. Nicht die Treppe. Oh, 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 oh. Achso, ja, die Treppe ist von der Nitro-Handys. Boing. Boing. Geh mal vor. Boing. Boing. Hurra. Hui. Was? Lebt der noch? Schon. Hm, da müssen wir... Jetzt macht Bede da oben die ganzen Kills. Zu Abwechslung mal. Alter. Nein. Hab ich ihn erwischt? Nein, ich hab ihn erwischt. Oh. Oh, da hinten. Ah. Klaas. Kannst du mal aufhören, Geräusche zu machen, wenn ich auf jemanden schieße, wo ich nicht weiß, wer es ist? Bist du das? Ah. Peng. Hey. Jetzt hast du ihn erwischt, oder? Das ist so kein Zeug. Das hättest du bei mir echt sehen müssen. Ich schieße. Ah. Bist du das? Genau der war es. Ich wäre beinahe an C4 gestorben, aber das wäre ja zu früh gewesen. Ich brauchte ja das Rundenende. Dann musst du jetzt nochmal zurücklaufen. Ja, das war doch lustig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.